Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Taschenheinse. Ich bin's persönlich. Heute mal zu einem Thema, was mich persönlich sehr interessiert und was auch heutzutage, gerade so zum Ende des Jahres, mal wieder in aller Munde ist. Es soll um das Thema Retro gehen. Retro. Der Duden, das Fremdwörterbuch vom Duden in der neunten Auflage auf der Seite 905 beschreibt Retro als lateinisch hinter, zurück, rückwärts. Wortbildungselement mit der Bedeutung hinter, rückwärts, in Klammern, gewandt. Retrograd, Retrolook, Retroperspektive. Soweit die offizielle Bestimmung des Wortes Retro. In der Allgemeinheit, im alltäglichen Leben, wird Retro oft mit schlicht und ergreifend Alt in Verbindung gebracht. Naja, das passt, weil das neue Jahr steht vor der Tür und das alte Jahr ist fast vorum. Also könnte man schon wieder von 2021 reden, es wäre Retro. Wollen wir mal hoffen, dass 2020 und 2021 irgendwann so Retro sind und so alt, dass sie keiner mehr haben möchte und jeder alle diese beiden Jahre einfach nur vergessen möchte. Das ist aber nicht das Thema der heutigen Sendung, sondern das Thema der heutigen Sendung über den Oberbegriff Retro ist als Beispiel Spielzeug, Musik und alte Hardware, hauptsächlich Spielekonsolen. Ja, fangen wir mal mit Spielzeug an. Der große Hersteller mit den vier Buchstaben aus Dänemark, nennen wir ihn einfach mal Lego, der steht ja die letzten paar Jahre mächtig in der Kritik, gerade weil es halt im Zeitalter des Internets auch möglich ist, sich die Sets aus der damaligen Zeit anzuschauen. Natürlich kommen dann Menschen, die Ü30, Ü40 sind schnell, auf die Gedanken zu sagen, ah, früher war alles besser, besser war alles damals, damals war alles besser, besser war das Lego einfach besser. Natürlich ist es schwer, objektiv an so eine Geschichte heranzugehen, ob Lego damals wirklich besser war. Wann ist denn damals? In den 2000ern? In den 1990ern, 1980ern? Oder gar noch älter? Ich als jemand, der persönlich gerne Lego sammelt, primär die älteren Sachen, sprich die Retro-Sets, ich kann die Leute verstehen, zumal es auch meine Argumentation ist, damals war Lego mehr Lego, als es heute je ist. Heute hat Lego den Charme von Playmobil und Revelle-Modellen bekommen. Einmal aufbauen, hinstellen, daran erfreuen, das war's. Natürlich muss man Lego zugestehen, dass die Techniken, die sie nutzen, die Teile, die sie haben, das auch leider nur noch so möglich machen und sonst nichts. Das ist schade, weil Lego war, ist glaube ich übersetzt, Spielgut. Und leider Gottes durch so Thematiken fernab von dem, was eigentlich wirklich mal der Grundgedanke von Lego war. Nämlich, dass man damit spielt und seiner Kreativität seinen Gedanken einfach mal so ein bisschen freien Lauf lässt und hofft, dass man aus den bestehenden Teilen mal wieder was Neues herausbekommt, was dann auch wirklich der Fantasie gerecht wird, die man gerade mal so laufen lassen hat. Das ist mit neueren Sets, gerade was die Farben betrifft und was die großen Formteile betrifft. Ja, unmöglich möchte ich es nicht nennen, aber man muss schon sehr, sehr viel Kreativität an den Tag legen, um aus diesen Teilen irgendwas zu machen, wo dann die Kinder den Eltern sagen könnten, hey, das soll das und das sein und die Eltern da auch stehen können und dann sagen, ja, Kind, ich erkenne das, was du da gebaut hast in dem Wider. Ich kann es nachvollziehen, damals, ich persönlich bin ein Fan der 80er und 90er Jahre vom Lego. Damals sah Lego wie Lego aus mit Noppen, nicht wie Revellmodelle oder wie, oder noch in Anführungszeichen schlimmer der Vergleich wie Playmobil. Alles glatt, alles in der Oberfläche. Heutzutage ist das anscheinend der Wunsch vieler Sammler. Warum diese Leute sich da nicht gleich Revellmodelle oder Metallmodelle kaufen, das müssen die Leute selbst wissen. Vielleicht ist es wirklich der Spaß beim Aufbauen, ohne sich die Finger dreckig zu machen, wie bei einem Revellmodell vom Kleber, wo man die Spritzgussteile erst aus der Form brechen muss, abschleifen muss, muss es kleben, anmalen und dann kommen erst die Aufkleber drauf. Das hat man beim Lego-Set einfacher. Das baut man zusammen und macht dann die Aufkleber drauf. Je nachdem, wie teuer das Set ist, umso mehr Aufkleber sind teilweise auch mit bei. Das ist schade. Aber natürlich, als kleines Kind damals hatte man sich daran erfreut, an dem, was man hatte. Heute erfreut man sich als Erwachsener an den Sets, die man sich leisten kann aus der Vergangenheit, um sie mal zu bekommen. Das ist vielleicht, in Bezug auf Spielzeug und Lego als besonderes, der Reiz des in Anführungszeichen Alten, des Retro. Das Originalen, um es mal so auszudrücken. Das sind alles Begriffe, die sehr subjektiv anwendbar sind. Da ist nichts Objektives mit bei. Nichtsdestotrotz, altes Lego ist gutes Lego, um mal den Kollegen aus Frankfurt zu zitieren. Und damit hat er recht. Weil damit konnte man noch spielen. Damit konnte man noch seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und es war gefühlt zumindest deutlich günstiger, als es heute ist. Günstiger. Das ist die Überleitung zu einem Thema, wo ich persönlich auch sehr oft mit dem Kopf schüttel, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Das betrifft die Musik. Hier soll es mal, komm, nehmen wir mal die großen vier, mal alle gegeneinander. CD, Schallplatte, MP3 und Streaming. Da haben wir gleich die großen vier mal in einen Pott geworfen, obwohl sie da überhaupt nicht reingehören. Natürlich ist bei Musik und Filmen mittlerweile die Einstellung der Leute die, was soll ich mit dem Besitz, mir reicht das Recht, es gucken zu dürfen. Das ist ein Streamingdienst, das ist MP3, das ist nicht greifbar wie eine CD oder eine Platte. Daher hat die CD und die Platte dieses Retro, ja den Retro-Stempel, den Alt-Stempel aufgedrückt bekommen von der jüngeren Generation. Aber versteht es nicht falsch, es gibt genug Leute in meinem Alter, die sagen, hau weg den Scheiß, ich brauche das alles nicht mehr, mir reicht es, wenn ich meinen Streamingdienst anschmeißen kann und dann ist gut. Von mir aus. Aber die Leute sollen sich ja nicht über die Qualität beschweren, die nicht vorhanden ist oder irgendwann stellen sie halt fest, was sie im Monat, im Jahr dafür ausgeben und haben dann trotzdem keinen Besitz. Das erinnert mich so an ein Leasingmodell beim Auto. Man kann es zwar nutzen, bezahlt jeden Monat für, aber es gehört einem nicht. Eine CD, eine Kompaktdisk oder eine Schallplatte oder eine, ja, aus zweifelhaften Quellen stammende MP3, die kann ich an meinem Rechner, an meinem CD-Player oder an meinem Plattenspieler abspielen, wann ich es möchte. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn ich es möchte. Und bin nicht auf das Internet angewiesen oder auch nicht dann im Extremfall darauf angewiesen, dass der Rechteinhaber dem Streamingdienst noch die Erlaubnis gegeben hat, dieses Lied dort anbieten zu dürfen. Der Erfolg gibt diesen Leuten, den Firmenchefs, leider recht. Die Leute verdienen sich dumm und dusselig daran, dass sie der Masse es glaubhaft vermittelt konnten, das Streaming ist besser, billiger und komfortabler. Sie haben zudem leider mit ihrer Argumentation ja recht. Jeder hat ein Smartphone, jeder hat mittlerweile einen Datentarif. Und natürlich, was sind 15, 15, 20 Euro im Monat, wenn man unbegrenzten Musikgenuss haben kann? Spannenderweise sagen mir viele Leute, die diesen Musik-Unlimited-Tarif als Beispiel haben oder wie auch immer diese Kinder gerade heißen, dass sie eigentlich sehr wenig Musik hören. Umso weniger verstehe ich dieses ganze Konstrukt bei diesen Menschen. Wenn ich doch sowieso schon nicht viel Zeit habe, aus berechtigten Gründen, mich mal hinzusetzen, um mir ein komplettes Album irgendwie anzuhören, warum haben dann diese Leute diese Streamingdienstangebote abgeschlossen? Warum gehen die da nicht hin und sagen, okay, wenn ich sowieso schon nicht so viel Musik höre, dann kaufe ich mir doch die CD oder brenne mir eine CD zurück auf CD und höre mir dann die CD im Hintergrund laufend an, ohne dass meine Funktion des Smartphones beeinträchtigt ist, was in der Regel nicht so gute Lautsprechung hat wie die Heimanlage zu Hause. Warum machen die das nicht? Das ist für mich so ein Ding, wo ich mir ja sage, ich bin froh, dass ich die ganzen alten Original-CDs noch habe oder auch CDs zurückgebrannt und kann sie hören, wann ich will, zu Hause im Hintergrund, ohne dass sie störend nach vorne drücken, ohne dass sie ein zweites Gerät, was vielleicht für andere Dinge gerade benötigt wird, blockieren oder beeinflussen. Dann sollen die Leute das vielleicht einfach mal testen. Vielleicht ist das einfach mal wieder so ein Schritt zurück, wo man sagt, ja, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt gewesen damals, dass man zwei Geräte hatte für zwei jeweils unterschiedliche Dinge und hat nicht alles nur in einem Gerät. Naja. Das, was gerade einen sich immer steigenderer Beliebtheit erfreut, ist die Schallplatte. Diese Vinylplatte mit mittlerweile 180 Gramm pro Platte, was recht viel Gewicht ist für eine Platte, das heißt, die Platten sind physikalisch von einer guten Qualität. Ich verstehe es noch nicht, warum sich diese Platten eines Booms erfreuen im Jahre 2021. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass die Leute, die jetzt unglaublich viel Geld für eine Platte ausgeben, im Vergleich zu einer CD, oder wann das Musikstück das erste Mal rausgekommen ist, also 40 Euro für einen Soundtrack vom Platzbord auf Platte auszugeben, ist überhaupt kein Thema, sehr guter Soundtrack, aber 40 Euro auf Platte, ungerechtfertigt? Fragezeichen, Ausrufungszeichen? Die Leute vergessen nämlich einiges bei Platten, heute. Wer von euch glaubt in allen Ernstes, dass eine Platte im Jahre 2020 und neuer genauso hergestellt worden ist, bevor es die CD gab? Nämlich analog. Die Platte ist ein analoges Medium. Kann man rumreden, wie man möchte. Da ist eine Nadel, die kratzt in der Rille von der einen Seite der Platte und das Ding schwingt und daraus produziert sich der Schall. Das Problem ist nur, dass das, was eine Platte damals so gut gemacht hat, und das kann jeder gerne mal gegentesten, der Originalaufnahmen seiner Eltern vom Platte hat, wo er einfach mal reinhören kann, um den Unterschied zu einer aktuellen Platte rauszuhören. Weil dieser Anspruch vom Platten heute ist ja, so nah wie möglich an der CD zu sein. Warum? Eine Platte muss knistern, eine Platte muss rauschen. Und natürlich ist eine Platte analog aufgenommen und gemastert. Und das im Studio, das war alles analog. Da war nichts digital. Heutzutage wird auch ab dem Mikrofon, keine 20 Zentimeter hinter dem Mikrofon, ist jetzt auch gefühlt schon der erste analog-Digital-Wandlung. Und ab da ist auch alles digital. Bis dann zurück zu dem Kristall im Endeffekt oder dem Stück Metall, welches dann die Platte wieder reinschabt. Also dieser ganze Produktionsweg ist ja so, dass man das analoge, die Stimme oder die Instrumente hat, digitalisiert sie frühestmöglich und bringt sie dann im letzten Schritt erst von dem digitalen, in Klammern bestmöglichen Qualität, wieder auf ein Medium, was es gar nicht hergibt, nämlich die Platte. Ich habe das nicht verstanden bis heute. Ich habe das bis heute nicht verstanden. Ja, die großen Cover von den Platten sind wunderbare Sammelobjekte, aber nicht für das Geld. Sollen sie diese Musikdinger einfach auch nochmal gleichzeitig für die Hälfte oder noch nicht mehr mehr die Hälfte auf CD herausbringen, sodass man dann auch wirklich die bestmögliche Musikqualität hat und eine CD ist gegenüber einer Platte auch im Jahre 2021 technisch halt einfach immer noch überlegen. Es ist halt so, wo wir gerade bei der technischen Überlegenheit sind. Die CD ist gegenüber auch Streamingdiensten immer noch, ja, in Anführungszeichen das Maß aller Dinge. Selbst wenn man eine Free-Lossless-Audio-Codec-Variante hat, sprich eine FLAC-codierte Musikdatei, sie ist codiert. Es fehlt etwas gegenüber einer unkomprimierten Wave-Datei einer CD. Und natürlich gibt es mittlerweile Streamingdienste, die der Meinung sind, sie müssen 5- oder 6-Kanal-Ton Musik anbieten. Das mag ja funktionieren, wenn die Musik auch ursprünglich so produziert ist, in Klammern auch wieder komplett digital. Dass eine 2-Kanal-CD hochgepusht auf 5 oder mehr Kanäle sich nicht ganz so gut anhören werden wird wie ein genau dafür gedacht produziertes Musikstück. Das ist unbestritten. Aber wer hat schon mehr als zwei Ohren? Oder einen Kopfhörer mit mehr als zwei Lautsprechern? So Dinge sind interessant, wenn man wirklich eine 5.1 oder mehr Kanäle-Tonanlage zu Hause hat, wo man das dann auch mal 1 zu 1 nutzen könnte. Aber mehr hat er schon. Wer nutzt das? Ich denke, die Masse ist verschwindend gering, die das nutzt. Ganz generell muss man natürlich dem Menschen zugute halten, dass ab einer Bitrate von 320 Kbit bei einer gut gemachten MP3, bei einem gut produzierten Original-Audiostück, der Unterschied zwischen CD und MP3 oder sonst irgendwelchen Dingen verschwindend gering sind. Das heißt, man gleitet bei so Diskussionen wie ich auch sehr gerne oftmals in das Reich der Philosophie ab und der technischen Nachweisbarkeit, ähnlich wie bei Benchmarks. Ja, mein Rechner hat 10 Punkte mehr. Im praktischen Leben macht es sich wahrscheinlich nicht bemerkbar. Wer hört schon, wie gut die CD gemastert ist, wenn er bei 170 auf der Autobahn fährt? Keine Sau. Richtig. Zu guter Letzt noch etwas, was sich dieser Tage auch mal wieder großer Beliebtheit befreut. Emulatoren und Retro-Konsolen. Ja, was ist der Reiz davon? Was ist der Reiz davon? Die meisten Leute wissen doch gar nicht, was die technischen Begrenzungen von damals waren, wenn sie so eine Retro-Konsole haben. Heutzutage ist das gefühlt alles in Raspberry Pi, wo irgendeine Emulation draufläuft und dann war es das. Und viele Leute wissen auch leider nicht den Unterschied zwischen Simulation und Emulation. Also mal ganz kurz die Erklärung dazu. Eine Simulation ist ein Stück Software, wo die Parameter von außen veränderbar sind, auch im Bereich des Unmöglichen. Das heißt, in einer Simulation kann ich etwas simulieren, was in der realen Welt nicht möglich ist. Ganz banales, einfaches Konstrukt eigentlich. Eine Emulation ist die Rolle rückwärts. Eine Emulation ist die softwaretechnische Abbildung 1 zu 1 von der Hardware. Inklusive aller Bugs, inklusive aller Limitationen, inklusive der Geschwindigkeit. Das ist etwas bei Emulatoren, was viele Neueinstieger bei dem Maymap, dem Multiple Arcade Machine Emulator, immer noch nicht so ganz verstanden haben. Da kommen dann immer so Fragen auf. Ja, warum läuft das Spiel nicht so? Warum ruckelt das? Und warum kriegt er das auf dem 4 GHz Rechner nicht zum Laufen? Zu 99% ist die Antwort immer, weil der Arcade Automat damals eben so war. Der wird durch deinen 4 GHz Rechner nicht schneller. Im Gegenteil. Das ist völlig irrelevant, wie schnell dein Rechner ist. Wenn wir hier nur 14 Frames haben, mit denen das Spiel im Original gelaufen ist, dann wirst du das auch nur mit 14 Frames bei dir auf dem Rechner laufen haben. Und damit ist es ein perfekt emuliertes Spiel. Dass es natürlich in der Szene, gerade was Softwareemulatoren betrifft, eine ganze Menge Freaks, positiv gemeint Freaks gibt, die eine Mischung zwischen Emulation und Simulation hergestellt haben, produziert haben und damit spielbare Ergebnisse von Dingen produziert haben, ist sehr, sehr faszinierend. Es gab eine ganze Zeit lang Playstation 1 und Playstation 2 Emulatoren, die, wenn man genauer hingeguckt hat, ein Simulator waren, kein Emulator. Das heißt, die konnten die Frame-Rate stabilisieren und konnten dann die CPU-Leistung, die sie benötigt haben, um dieses Spiel ruckelfrei darstellen zu können, dann immer von der CPU abzwacken. Bei einer Emulation wäre es so gewesen, nein, meine CPU, der Playstation 1, hat die Megahertz-Zahl, der Arbeitsspeicher hat die und die Megabyte an RAM und mehr kriegst du nicht. Bei diesen Twitter-Emulatoren, Simulatoren, haben sie dieses Konstrukt ein bisschen außer Art gelassen und haben gesagt, wir möchten das Spiel gefühlt mit 60 Frames flüssig spielen können. Gibt hervorragende Ergebnisse, aber vorsichtig simuliert der Porzellankäste, wenn man ein bisschen tiefer in das Thema einsteigt. Da muss man dann ein bisschen genauer hingucken. Das gleiche gilt für die Retro-Konsolen. Natürlich ist es wunderbar, so einen alten C64 im fast 1-zu-1-Maßstab und auch fast im 1-zu-1-Design im Original hier stehen zu haben, wo man dann mit dem USB-Stick die ganzen im Internet verfügbaren Spiele draufspielen kann, die man aus seiner Jugend her kannte. Aber der Reiz oder der Charme des Retro-C64, der Geruch, die Haptik, die Farben, das wird so ein Gerät nie wieder hinbekommen, wie es die Leute ursprünglich mal erfahren haben. Und natürlich ist es faszinierend und gleichzeitig heutzutage unverständlich, wie lange man warten konnte, bis ein Spiel reingeladen worden ist, um es dann spielen zu können. Unfassbar. Heute geht das alles auch wieder mit Zwitter zwischen Emulationen und Simulationen, weil es so schnell reingeladen wird. Man klickt drauf und das Spiel ist da. Faszinierend. Wenn man überlegt, wie viel Wartezeit die Jugend in den 70er und 80er Jahren verloren gegangen ist, nur um zu warten, bis ein Spiel reingeladen worden ist, sei es über Datasette damals noch oder dann über Diskette, was heute in ein bis zwei Sekunden, wenn überhaupt, vonstatten ist, sehr, sehr faszinierend. Der Reiz, der Charme ist, glaube ich, die Realisation aller Beteiligten, mit wie eng gesteckten Hardware, ja, Bedingungen die Entwickler zurechtkommen mussten. Und im Jahre 2021 gibt es immer noch eine sehr, sehr aktive Szene für den C64 und wenn man sieht, was diese Leute aus dieser Hardware immer noch rauskitzeln, das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Also, mal ganz davon ab, dass es faszinierend ist, dass es im Jahre 2021 immer noch Entwickler für diese Systeme gibt und was sie dann da noch produzieren, unfassbar, gigantisch gut. Tja, das war es auch schon erstmal zu dem Thema. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig unterhalten gefühlt und bis zum nächsten Mal. Der Taschenheinse. Macht's gut! Tja, 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 tja.